Musik Die digitale Welt geht auch an der Landwirtschaft nicht vorbei. Das Lagerhaus liegt voll im Trend und bietet den Bauern viele Innovationen. Ja, da haben wir einen unserer Etrane, mit dem fliegen wir bei unseren Kunden und Mitgliedern. Das ist so, da machen wir zum einen die Rehkitz-Rettung und zum anderen die Meisternselbekämpfung. Bei der Rehkitz-Rettung ist das so, da fliegen wir mit einer Einfallruckkamera über das Feld und dort sehen wir dann das Rehkitz und das kann dann ausgetragen werden. Und somit sichern wir eine bestmögliche Futterqualität und schonen auch das Wild. Zum anderen bei der Meisternselbekämpfung ist das so, dass wir punktgenau die Trichogramme ausbringen und so den Meisternsel bekämpfen. Dünger nach Maas, da ist so, da haben wir drei Mischanlagen, Düngermischanlagen. Das ist zum einen in Haag Valentin und in Aschbach. Da können wir lose Einzelkomponenten zu einem Mischdünger mischen und somit für unseren Kunden den optimalen Dünger für seine Kultur mischen. Zusätzlich haben wir auch noch die Möglichkeit, dass wir in Haag Big Packs absacken und die direkt zum Kunden zerstellen. Unfarming ist eine ganz neue Plattform für unsere Landwirte. Dort können sie zentral ihre Flächen hinterlegen und haben dann verschiedene Services zur Verfügung. Zum einen können sie dort Bodenproben einpflegen und Düngerberechnungen machen. Sie können Wetterdaten abrufen, sie können die Börsenreichkeiten abrufen, aber am besten schauen wir uns das kurz an. Der Computer dient als Schaltzentrale für den Betrieb. Hier können Signale verarbeitet werden, die draußen gemessen wurden. Wir haben da eine von unseren neuen Wetterstationen im Genossenschaftsbiet am Stetten. In ganz Niederösterreich sind es über 70. Das heißt, ein sehr dichtes Netz an Wetterstationen. Wir können da die aktuellen Daten auf unserer App abrufen. Das heißt, wir sehen da Niederschlag, Blattfeuchte, Budentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur. Und aus den ganzen Daten werden dann Krankheitsmodelle berechnet, die uns helfen, Krankheiten zu prognostizieren. Das Lagerhaus. Starker Partner in der digitalen Landwirtschaft.